Eine neue Runde auf ein Tee mit Nora, das Mittwochs live. Ja, heute habe ich ja auch einen spannenden Gast dabei, mal sehen, wenn er dazukommt. Das ist nämlich der Michael Thiel. Er ist Psychologe, Autor, TV-Moderator, Coach, Schauspieler, genau, Schauspieler habe ich noch gesehen. Schön, dass ihr da seid, mal sehen, dass der Michael jetzt dazukommt. Ah, Nora, das ist ein Traum. Das finde ich toll. Ich liebe ja diese Technik, also wenn sie funktioniert. Wenn sie funktioniert, ist es ein Traum. Ich bin richtig aufgeregt, ich bin richtig aufgeregt. Ich denke mal, wow, mir klappt das. Bei dir ist schon Sonne auch gerade, oder hast du eine Lampe an? Ich habe eine Lampe an, ja. Hör mal, Beauty. Bisschen, ne, also ein bisschen Beauty. Nee, Sonne ist ein bisschen da. Ich bin ja so verrückt, ich liebe ja, hier durch die Gegend zu laufen. Also ich wohne eigentlich in Hamburg, da praktiziere ich auch. Und aus verschiedenen Gründen haben wir dann jetzt hier in Schleswig, das ist eben oben im Norden in der Nähe von Flensburg, also an der dänischen Grenze, haben wir uns dann eine Wohnung besorgt, gebietet und das ist so eine Wohnung von außen ganz schlimm. Das ist fast wie so ein Hochhaus hier. Aber du hast von oben, hast du eben den Blick direkt aufs Wasser und direkt aufs Grün. Das ist so Heimat für mich. Ich komme von Land und das ist so dieser Geruch. Und auch wenn es jetzt regnet oder schneidet, steht egal, schöne Klamotten an und dann geht es deutlich Walking oder ein bisschen Joggen. Weißt du, das ist Lebensqualität für mich. Das ist schon fast eine der Fragen beantwortet, die ich so im Kauffeld eingeholt habe. Da haben Leute was von mir wissen, das ist wichtig. Aber auf deinem Account gibt es ja auch immer so schöne Fotos, die entstehen dann bei den Spaziergängen. Ja, ja. Ich glaube, du warst so Handy und dann... Das sind alles Handyfotos? Ja, ja, das sind alles Handyfotos. Das habe ich auch manchmal, aber überwiegend Handyfotos. Ja, ich habe ja im Vorfeld ein paar Fragen eingeholt von den Leuten. Ja. Und ich habe dich ja angekündigt, aber vielleicht magst du dich auch selbst nochmal vorstellen. Ich habe eigentlich nur gesagt, so, ja, dein Name, Psychologe, Coach, Autor, Schauspieler. Ja. Vielleicht willst du noch was ergänzen? Was macht dich aus? Wer bist du? Wer bin ich? Also, in Deutschland definiert man sich ja mal über seinen Job. Das ist fast überall. Also, wer bin ich dann sagen? 90 Prozent der Leute, ja, ich bin so und so. Und ich bin, ja, ich bin Diplom-Psychologe tatsächlich. Habe aber dann relativ schnell. Und das hängt auch viel mit Annika zusammen. Annika ist sozusagen immer so die beste Ehefrau von allen. Und mit Annika bin ich so seit über 30 Jahren zusammen. Sind zusammen schon zur Schule gegangen und fanden uns richtig blöd. Also, sie war so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, nicht Modepippchen, aber so ein bisschen so schrill und irgendwie so gar nicht so meins. Und ich war damals, da gab es immer so Ökos und ich gehörte mit zu den Ökos. Ja, das heißt, noch längeren Bart, noch längere Haare, immer mit so einem ollen Armeeparker und jede Demo war meine und oh und ich weiß nicht was. So, und wir mochten uns so gar nicht und dann haben wir uns aber dann in der Zeit irgendwie immer lieber gehabt. Und dann haben wir abends irgendwann, ich glaube, Annika war es ja gesagt, so, was denn nun? Sind wir jetzt zusammen oder nicht? Und dann, ja, jetzt sind wir zusammen seit über 30 Jahren. Und die hat mich viel beeinflusst, die Gute. Und die war, als ich fertig war mit dem Studium, war sie Redakteurin bei Guna und Jahr und beim Jahreszeit vielleicht auch für Frauenzeitschriften und so. Und da bin ich in die Journei irgendwie reingekommen, weil sie hat gesagt, du, wenn du fertig bist, wir brauchen immer irgendwie einen Psychologen. Ja, und dann war ich fertig und dann war ich dann der Psychologe, der dann zu allen möglichen Sachen was erzählt hat, der Psychotests entwickelt hat und unter anderem auch ein Part hatte in einem Buch über Schwiegermütter. So, die böse Schwiegermütter. Das Cover war, es gibt einen Kaktus, der heißt der Schwiegermutterstuhl. Tatsächlich so voller Stachel, also so Schwiegermutterstuhl. Und so, und da habe ich ein Part mit dazu beigetragen, zu diesem Buch. Und da wurde dann das Fernsehen auf mich aufmerksam. Da kam sowas damals schon, Spiegel TV und Mona Lisa, so eine Frauensendung. Und so ging es dann weiter und dann gab es damals eben auch ganz viele Talkshows, die es heute gar nicht mehr gibt. Darf ich fragen, wie alt du bist, Nora? Oder willst du es nicht sagen? Ich habe keine Ruhe mit mir gemacht. Alles gut. Okay. Ja, ja, danke. Weil in den 90ern, 36 warst du, in den 90er Jahren warst du denn, wie alt warst du da? Na, ich bin 85 geboren. Ne, da warst du 5, nee, da warst du noch zu klein. Das ist so der Punkt. Ich habe dich ja über Instagram gefunden und als ich dann aber mal auf deiner Webseite war oder bei Google deinen Namen eingesehen habe, habe ich erst mal gesehen, so krass, der Mann hat eine Wikipedia-Seite, okay. Ich habe erst mal gesehen, dass es ein Talkshows war. Ja, also es gab damals ganz viele Talkshows, so drei, vier parallel, die bombastische Einstiegkunden gehabt haben. Und ich wurde dann in einer Talkshow, irgendwie gab es dann ein Thema und da hatte damals Jörg Kilarber, den kennt man ja heute auch noch und Jörg hatte damals eine Daily Talkshow und die Redaktion hat mich dazu eingeladen. Ich weiß echt nicht mehr genau, worum es ging. Also ich kannte da auch noch keine Sau und damals war es so, was ich bin dann so, hatte so Lederhosen an und eben auch, wie gesagt, so ein Part und solche Haare, aber konnte damals schon, glaube ich, ganz gut und verständlich sprechen. Da kommen wir zur Schauspielerei nachher auch noch. So, und dann bin ich da aufgetreten und habe da meinen Senf dazugegeben, das rief ich mal so. So unten haben sich irgendwelche Menschen verbal geprügelt oder es gab irgendwelche Zoffgeschichten und der Moderator hat dann moderiert so und wenn es dann zu komisch wurde oder zu brenzlig wurde oder zu komisch, dann hieß es dann, dafür haben wir jetzt aber den Psychologen, den Michael, eingeladen. Und da musste ich irgendwie die Welt in drei Minuten retten und bin dann aber hinterher dann auch immer am Zuschauertelefon gewesen. Wenn die Sendung ausgestrahlt wurde, konnten dann Leute mich anrufen, wirklich am Telefon. Und da hatte ich dann ganz viele Menschen, die normalerweise nie zum Psychologen gehen würden. Aber wenn es so um Sorgerecht geht, um Gewalt in der Ehe oder sowas, dann hatte ich mit den Leuten zu tun. So, und irgendwie kam ich gut an und da haben viele Leute angerufen. Oh, der ist ja so nett und der ist ja so, und das ist Psychologe, den kann man ja sogar verstehen, ist ja toll. Und dann hatte ich, dann hat mich Jack Pilawa gefragt, sag mal, hast du nicht Lust bei mir so als Dauer-Psycho da in der Sendung zu sein? Ist doch nur klar. Und dann habe ich einen wunderbaren Beratervertrag bekommen, damals als Berufsanfänger für, auch heute gefällt es für ein anständiges Geld und saß dann da irgendwie und habe mein Seft dazugegeben. So, und das war in Hamburg und in Hamburg gab es eine Produktionsfilme, Schwarzkopf TV, die gibt es immer noch. Nee, die gibt es nicht, die hat sich jetzt umgenannt, ist egal. Und die haben parallel drei Talkshows laufen lassen. Die haben ein Mördergeld verdient. Da war also Jörg Pilawa, Sonja Zieglo, die jetzt im Dschungelcamp da macht. Und dann kam Andreas Türk dazu, damals der Mädchenschwarm schlechthin, Andreas A. Und ich bin praktisch, ich bin immer von einer Talkshow zu anderen dann so gehört, weißt du? Also die Moderatoren, die gingen, der Psychologe, der blieb. Und so kam ich dann in dieses Fernsehbusiness rein und bin da bis heute immer noch drin und macht immer noch Spaß, auch außerhalb von Talkshows. Ich habe auch ein paar geschrieben, so scheiße, ob du das gesehen hast, dass du dich noch aus den damaligen Talkshow-Zeiten kennst. Ah, ich kenne ja, ich war auch mal im Studio, Ben und Tims Mama, ich war auch mal im Studio. Wo warst du denn? Guck mal, ich gucke mal mit, so cool, was war das für eine Zeit? Mann, ich bin halt ja, hör mal, was soll ich denn sagen? Damals, Nora, war es so, da hat Annika sich immer einen Spaß gemacht. Also es wurde sehr, sehr viel geguckt und war sehr, sehr viel geguckt, wo sie da kam. Und dann war ich auch relativ bekannt, so, weißt du, auch unter ganz normalen, auch recht einfachen Leuten, sage ich mal. Und wenn wir dann in Hamburg auf dem Dom waren, ein Riesenvolksfest, dann hat Annika sich immer einen Spaß gemacht. Und wir standen da so rum und irgendeiner kam bestimmt an und sagte, bist du nicht der Psychologe? Bist du nicht der, hast du nicht geeinigt? Und da wurde so mehr oder weniger freundlich dann immer erkannt und begrüßt und so. Und die Zeiten sind leider Gott sei Dank vorbei. Das heißt, ich kann ganz normal durch die Gegend laufen und vielleicht der eine oder andere, aber nicht mehr so wie früher, was eigentlich auch ganz schön ist. Also ich hatte mal ein Erlebnis damals bei Aldi, das weiß ich noch, da stand ich und habe dann meine Sache eingetütet. Und da kam einer, der stand da neben mir und sagt, also ich muss Sie mal ansprechen. Sie haben so eine Ähnlichkeit mit dem Psychologen, der da aus Fernsehen, das ist ja wirklich, ist ja irre. Aber das sind sie ja nicht, weil der dachte, ich für die Mörder Geld, ich bin ja im Fernsehen, bin ja dann Mörder berühmt und so. Und da kann sie mich vorstellen, dass unser eins ganz normal bei Aldi auch einkaufen geht und so. Ja, Nora, ich kann dir stundenlang Geschichten von damals erzählen. Ich merke schon, Ben und Tim, wie hieß der Name, derjenige, Ben und Tims Mama so rum, hat geantwortet, er war bei Sonjas Talkshow. Das ist jetzt Sonja Zitlo. Sonja Zitlo, genau. Aber Sonja warst du, ja. Ach, Sonja war nett oder ist immer noch nett. Also das ist auch für die Moderatoren, das ist auch mal ganz schön. Die haben drei Sendungen zum Teil am Tag nacheinander aufgenommen. Und das ist schon ein ganz schöner Schlauch. Also da musste auch das Moderator ziemlich gut sein und nervt machen. Und das Schöne ist, Nora, zu meiner Ehrenrettung, es gab damals eine Studie. Dass, wenn du als Schüler oder Student, während du für deine Prüfung gebüffelt hast, im Hintergrund Talkshows hast laufen lassen, hör zu, da wären deine Zäsuren besser geworden, als wenn du es nicht hättest laufen lassen. Hintergrund psychologisch, es ist ja so, du kannst es auch nebenbei laufen lassen. Und irgendwann wird es dann laut und dann kakieren die Leute und dann guckst du wieder hin und dann gehst du wieder zurück. Und das ist so ein bisschen so ein Flow-Gefühl, was du hast. Also dieses FLOW, dieses fließende Gefühl. Du hast so eine angenehme Anspannung, nicht zu doll, nicht zu wenig. Und das scheint dein Gehirn, so meine Erklärung, in einen ganz angenehmen Anregungszustand zu bringen. Und da habe ich mir gedacht, so Leute, guck mal, das ist doch gut. Dann kann man die Talkshows, so ein bisschen die Ehrenrettung der Talkshows wissenschaftlich. Ach ja. Und was machst du jetzt heute noch so, wenn du sagst, du bist auch heute noch fürs Fernsehen tätig? Also zum einen bin ich ganz viel im Hintergrund. Das heißt, ich bin Berater für einige Sendungen. Und da kommt eben diese wunderbare Schweigefliegt. Und das ist auch toll. Ich darf nicht erzählen und will auch nicht erzählen. Aber ich bin eben für, ich werde von Fernsehsendern oder Produktionsgesellschaften angefragt, wenn es darum geht, dass sie sagen, also die Menschen, die wir da haben, die sind, also da fühlen wir uns einfach besser. Und da brauchen wir jemanden, der dabei ist, der neutral ist, der auf Seiten sozusagen dieser Menschen ist und die da ein bisschen stützen kann, zumindest wenn es kritisch wird. Das ist so das eine. Und das mache ich sehr gern. Und also das ist jetzt nicht mehr im Rampenlicht. Und dann kommen da eben ab und zu immer wieder Anfragen von irgendwelchen Fernsehsendungen oder Fernsehsendungen zu bestimmten Themen, Corona rauf und runter. Aber es ist, ich halte mich da sehr zurück. Also früher war ich immer so, oh, wie schön. Denn hier ist so, oh, der Tier ist überall. Und oh, was soll denn das? Und jetzt mittlerweile denke ich auch, ich muss nicht zu jedem Kram in seinem Stadt zu geben. Wirklich nicht. Und mich stört es auch tatsächlich, dass ich eigentlich als Experte immer wieder so die Welt, was ich vorhin gesagt habe, die Welt wirklich in einer knappen Minute zu erklären. Also du kannst als Psychologe da nicht in die Tiefe gehen, sondern die wollen dann eben halt, dass du ganz komprimiert das Ganze machst, weil das Argument ist, die Menschen heutzutage können nicht mehr so lange zuhören, die zwischenweg, die sind gewohnt durch das Internet eben so ganz kurze Happen nur so zu kriegen. Und da fühle ich mich nicht wohl, weil, nee, also komplizierte Sachen müssen auch ein bisschen mehr Zeit haben, um auch erklärt zu werden. Ja, kann ich verstehen. Und ich würde gerne noch nachfragen, also weg von dem Fernsehjob, du hast mir mal geschrieben, du arbeitest ja auch in einem Aktivkreis in Hamburg. Ach ja, ja, genau. Das ist auch noch eine andere Geschichte. Wie soll ich sagen? Ich bin nicht gut, wenn es mir langweilig wird. Und mir wird es schnell langweilig, wenn es zu viel Routine wird. Deswegen habe ich in meinem Leben so ganz verschiedene Standbeine, die ich alle mag. Aber ich habe auch früher so ganz normal in der Praxis mit einem Psychiater mit drin, habe ich wirklich den ganzen Tag Leute beraten und therapiert. Und Nora, ich war nachher wie aus, weiß ich nicht, also wie nach einem Marathon. Weil wenn du, wie vor dem Morgen zum Neun, mit der Mittagspause bis zum Abend zum Fünf oder Sechs manchmal ein nach dem Anderen berätst und therapierst, das ist richtig anstrengend. Richtig anstrengend. Weil so wie du mich jetzt anguckst, so gucken mich ja die Leute auch an und sie haben Recht darauf, dass sie, dass ich 100 Prozent da bin und irgendwie nicht die Augen verdrehen und denke, oh nee, machst du nicht mehr und das ist so langweilig oder das ist irgendwie so. Deswegen habe ich mir noch andere Sachen, andere Standbeine sozusagen gesucht. Und das eine, was ich eigentlich schon im Studium angefangen habe, ist im Bereich der sogenannten Sozialpsychiatrie oder am oder anderen Sozialpsychiatrie-Teil zu werden. Das heißt, dass ich begleite und betreue Klienten, die meistens psychiatrisch schon ziemlich lange in der Psychiatrie-Müde drin sind, unterschiedliche Krankheitsbilder, also von chronischen Dekorationen, Schizophrenen, wie gesagt, dieses ganze Spektrum. Und die haben eben die Möglichkeit, wenn es dann auch verortet und verschrieben wird, sozusagen sich Menschen, sich von Menschen unterstützen zu lassen, die zum Teil auch zu denen nach Hause kommen. Und das war für mich damals, war das sehr spannend, weil ich habe mir mal gedacht, nee, ich will die Leute nicht nur in der Klinik oder in der Praxis sehen, ich möchte eigentlich die zu Hause erleben, weil zu Hause entstehen die Probleme und zu Hause müssen sie auch damit umgehen. Und dann habe ich das sehr genossen, dass ich wirklich eine Reihe von Patienten am Tag zu Hause dann besucht habe. War wirklich, das war zum Teil, da habe ich damals noch Pfeife geraucht. Jo, ich rauche jetzt seit langem nicht, da habe ich noch Pfeife geraucht. Und dann kam ich dann zu einigen und die haben dann einen Kaffee, dann haben die eine Zigarette, ich habe meine Fafel geraucht. Dann haben wir das schön gemacht, dann haben wir natürlich über alles Mögliche geredet. Es ging auch dann um Tagesstruktur, um Krisenintervention, diesen ganzen Kram. Und dann war ich nach 50 Minuten oder nach einer Stunde war ich dann wieder weg. Und dann habe ich die manchmal sogar zwei, dreimal diese Woche gesehen, nachdem was verordnet wurde. Und Nora, das hat mir Spaß gemacht, weil das war so, das war Leben. Das war so richtig so. Und ich war wie, nach einem Freund will ich nicht sagen, aber es war wie ein guter Besuch, der dann kam. Und das Schönste war eben, ich wusste, dass auch durch meine Hilfe die eben nicht wieder in die Klinik mussten. Das heißt, ich konnte oftmals Sachen auffangen, gerade auch Kriseninterventionen würde normalerweise wieder ab in die Psychiatrie. und das muss keiner häufiger haben als unbedingt notwendig. Und das empfinde ich und das mache ich sogar bis heute noch so. Und jetzt kommen wir zum Aktivtreff. Der Aktivtreff ist auch praktisch entstanden aus einer sozialpsychiatrischen Einrichtung. Und da gab es jetzt eine Reform, dass auch die Behörden gesagt haben, also es reicht nicht nur, dass ihr die Leute immer zu Hause besucht, sondern wir wollen auch, dass ihr etwas anbietet, dass die auch zu euch kommen, dass sie rauskommen aus der Wohnung, dass sie sich da treffen können. Und dieser Aktivtreff, da gehe ich mal irgendwie dahin, das ist so ein Treffpunkt, wo sich Leute, es können auch Leute aus der Nachbarschaft kommen, das ist egal, aber es gibt ja auch Klienten, die habe ich dann ganz normal da einen Termin und dann schnacken wir und dann gucken wir. Aber wir grillen auch, was man so macht, so bei solchen Treffs und spielen auch und machen und tun und die haben dann oftmals so ein Wichtig, wir sind so die Einzigen, mit denen die zum Teil draußen Kontakt haben. Und das ist immer so ein Ziel und ein Anlaufpunkt. Und das ist halt tief. Ja, da bin ich jetzt immer Donnerstags und neuerdings mache ich da jetzt immer mal ein, zwei Stunden auch Online-Beratung. Auch von draußen, sage ich jetzt hier nochmal, habe ich extra nochmal die Erlaubnis bekommen. Also auch, wenn Menschen gerne von draußen eine Beratung haben wollen, dann können sie per Mail mich anschreiben. Können wir vielleicht irgendwie nochmal verlinken und dann können wir gucken, ob da noch ein Termin frei ist und dann können wir so 20 Minuten, halbe Stunde schnacken und machen wir es so, dass mir manchmal doch Sachen einfallen, die die dann weiterbringen. Oh, spannend. Das ist ja echt viel, was du da machst. Und so von der Alltagsstruktur in dem Aktivschlaf oder deinen Patienten innen, querbeet oder? Querbeet, aber überwiegend doch bei mir jedenfalls schon Ältere. Ich sage mal, irgendwas von, ich gehe da, Entschuldige, ab wann fangen wir dann Älter an? Ach so, irgendwas so, schon so zwischen 40 und 60, manchmal auch darüber. So um den Dreh, eher weniger ganz Junge, manchmal ja, aber eher weniger, aber oftmals eben Menschen, die schon sehr lange in dieser Psychiatrie-Midio da drin sind, die also auch eine chronische Erkrankung haben und wo es eigentlich darum, da muss ich auch therapeutisch immer gucken, da geht es manchmal gar nicht so darum, jetzt den großen Heilungsdurchbruch zu machen, sondern so ein bisschen auch Bewältigung, also Bewältigung, Krankheitsbewältigung, so, dass sie auch damit klarkommen mit den Sachen, mit denen sie eben außen und klarkommen müssen, dass ich denen da dann auch bei helfe. Aber das ist auch so eine Sache, also ich habe den manchmal jungen Kollegen, was ich toll finde, wir sind auch von den Kollegen, der sehr gemäß, wir haben ganz Junge und eben haben sogar zwei Zwillinge, also zwei Brüder, die sind Zwillinge und die eigentlich schon in der Rente sind, aber die auch Sozialpädagogen sind und die einfach Bock drauf haben und die mit ihren, die sind letztes Jahr glaube ich 70 geworden, logisch Zwillinge und die immer noch dabei sind, die sich super in Sozialberatung auskennen, die, wenn du Schwierigkeiten mit dem Amt hast, dann klingen die sich ein so und das ist eigentlich so eine wunderbare, bunte Mischung. Wenn du sagst so, dass du therapeutisch tätig wirst, in welchem Therapieverfahren bist du so verantwortlich? Oh je, okay, jetzt geht's los. S побýt und den Schwierigkeiten und die tacke auch so viel abonniere immer noch und elleriaozie